Also ich habe es natürlich mitbekommen, ich bin auch Stammzellenspender und ich finde so eine Sache grandios, weil es gibt Wichtigeres im Leben als Fußball und ich glaube, wenn man Menschenleben damit retten kann, dann geht das natürlich auch unter die Haut und er hat natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Es gibt so viele Leute, die Probleme haben und auch gesundheitliche, schwerwiegende Probleme haben und ich glaube, wenn man sich mit diesem Thema extra befasst, dann weiß man auch mittlerweile, dass es nicht mehr so aufwendig ist, Stammzellenspender zu sein und deswegen, also ich kann auch nur hier an alle appellieren, die sowas vielleicht in Betracht ziehen, also macht es, weil es heutzutage eine Sache von 10 bis 15 Minuten ist.